So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich jage ein Wildschwein. Wo mache ich das Ganze? Also aus eigener Erfahrung, die meisten Wildschweine habe ich immer in diesem Bereich. Also da habe ich auch meistens Wölfe, Reptoren, alles mögliche gefunden. Wir gucken jetzt einfach mal, ob ich das Glück habe und wie der Welt schon da sind. Ansonsten muss ich die Aufnahme wahrscheinlich nochmal machen. Und denkt dran, wenn ich euch immer wieder helfen konnte, vergesst nicht gerne ein Like da zu lassen, gerne ein Abo da zu lassen. Ich weiß, sage ich in jedem Video, aber wenn ihr wüsstet, 90% aller Aufrufe sind von Nicht-Abonnenten. Und da fehlt bestimmt der ein oder andere. Und ihr seht schon, hier unten ist schon das erste Wildschwein, Huhn, Raptor, alles ist da. Jetzt brauche ich nur eine Waffe und hoffe, dass mir keiner den Kilder klaut. Natürlich, jetzt kommt erstmal der Dino, will mich ein bisschen nerven. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Hoffe ich nur nicht, dass die Dinosaurier mir das Schwein wegklaut, weil dann kriege ich einen Anfall. Weil wir wissen alle, die Dinosaurier sind doch verdammt schnell. Zack, und ihr seht, ganz einfach geschafft. Wie gesagt, hier habe ich wirklich die Erfahrung, dass hier einfach gefühlt jedes Tier da ist. Ich glaube, er wird mich töten. Oh, doch nicht. So, dann auch ganz schnell hier die Waffe ausrüsten. Nämlich die Aufgabe habe ich auch noch als blaue Aufgabe bekommen. Nämlich stelle Waffen her, 500 Stück. Also, es wird immer wilder mit den Aufgaben. Wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein. Und dann bitte ein bisschen weiter.